Hi, ich würd gern etwas bestellen. Jo, schieß los! Alright, einen Moment. Ich würd gern eine Pizza bestellen, mit Salami und Tomatensoße, Peperoni oben drauf, extra Käse mittlerer Größe auch. Doch die, die ist nicht für mich, den Käse lässt mich übelst doll scheißen, weder fest, noch kontrolliert unterm Strich. Tut mir leid, ich muss es einfach sagen, auch wenn alle Pizzen himmlich schmecken, kann ich's einfach nicht vertragen. Trotzdem will ich ne Pizza für mich, seh auch die Frage an dich. Hey, habt ihr auch vegan Käse? Sonst wär mein und war so weh, es tut wohl Nese. Vegan nicht derzeit im Trend, da dachte ich, dass ihr vegan Pizzen kennt. Ich weiß, vegan Pizzen schmecken mäßig, alle sagen Pizza ohne Käse, nee, das geht nicht. Doch ich geb ihr ne Chance, ne Pizza mit neuer Geschmacksnuance. Alright, jetzt komm ich erst zum Bestellen, ne Barbecue Pizza mit Peperoni und Zwiebeln, davon den Teigrand dünn und knuscht, wie beim Müsli Riegel und zur Abwechslung dazu, ein Eis und Stiel. Cola ist das Getränk, das ich mag, normalerweise trinke ich Wasser und das passt jeden Tag. Doch zu ner Pizza sollten sweeten Drinks auch mit aufm Fahrt und riecht den Pfarrer aus, die Karte lässt sich zahlen wie auf laufendem Bahn und jetzt ne letzte Frage, die stell ich mal mit hinten dran. Funktioniert meine Bestellung eigentlich auch so?